Herzlich Willkommen zum Sommerloch, wir machen weiter mit der Stadt und zwar gleich mit einer Einladung, die Stadt ein wenig zu verändern und zwar ihre Aufschriften. Wie ihr seht, gibt es ein sehr volatiles Fassadenwerk, ihr seid alle herzlich eingeladen, die Aufschriften dieser leeren Geschäfte etwas näher abzuknopfen auf das, was wirklich in ihnen steckt. Es gibt versteckte Botschaften, die man mit einzelnen Buchstaben, die bei jedem Geschäft vorhanden sind, denen kann man damit auf die Schliche kommen. Das ist also ein Fassadenspiel und ihr seid alle herzlich eingeladen, sie zu verwenden und Anagramme zu finden, darauf los zu anagrammieren, die Geschäfte zu entkommerzialisieren und die wahren Botschaften dahinter herauszufinden. Zum Beispiel, was würde euch einfallen zur Putzerei, was steckt in der Putzerei, welche Möglichkeit könnte es geben, genau, ihr könnt, ihr habt Hilfsmittel, es liegt, Patzerei, genau, man kann sich ein A von einem Nachbargeschäft ausbeugen. Ansonsten wünsche ich wunderschöne, pure Zeit.